Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Helle Taschenlampen at Night. Ich stelle heute die neue Jetbeam PC25 vor. Hier im hellsten Modus mit ca. 408 Anziehungen. Hier im hellsten Modus mit ca. 408 Anziehungen. Der erhält den Modus. Nochmal. Hier im hellsten Modus. Hier im hellsten Modus mit ca. 408 Anziehungen. Hier im Vergleich. Dunkel. Zweite Stufe. Dritte Stufe. Und der High-Mode. Und hier der Strobe. Nochmal. Der hellste Modus. Der dunkelste Modus. Stufe 1. Stufe 2. Und wieder der hellste Modus. Und wieder der hellste Modus. Dritte Stufe.